capture 5 ok das frankenstein so kurz speichern wo bin ich jetzt sieht mir aus wie ne schule schule ja gut in schulen passieren sowieso nur gruselige dinge ja gut da haben wir ein monster gesehen so eine typisch altmodische lehrerin ja wenigstens gibt es noch etwas lustiges hier zu sehen ui dinos das erinnert mich jetzt ganz an arg diese geräusche ich muss überlegen zu meiner schulzeit hätte ich sowas bei uns in der schule gehört ich hätte mich eingeschissen vor angst was ist das lehrerzimmer klopf klopf passiert nichts hier ich will wieder raus hallo wo bin ich denn hier reingekommen bitteschön ich habe das lehrerGet das lehrer ich weiß guck du denn Läuft. Äh. Da war schon wieder dieses Kruselgesicht. Okay, die Tür ist gebrochen. Da komme ich nicht weiter. Da komme ich auch nicht weiter. Äh. Ja. Nein, da geht man hier definitiv nicht weiter. Äh. Was? Crack? Plants grow through cracks in the floor. Okay. Ach so, die sind hier durchgebrochen. Okay. Ne, ich bin jetzt nicht in den Keller gegangen von der Schule, oder? Äh. Hilfe. Hilfe. Gott. Durch dieses Geschrei. Alter Schwede Ja gut Gibt es hier auch ein Ende? So einen großen Keller hat doch keine Schule Woher bin ich in der Kanalisation? Sieht fast so aus Was bist denn du? Was ist denn jetzt los? Hallo? Hallo? Ähm... Da lag man bei denen auf dem Tisch Äh, ich sitze mit meinem Vater am Tisch Was ist denn das für ein Übergang? Äh... Äh... Der macht schon wieder komische Bewegungen im Bett Ob der gerade Spaß mit sich selber hat Wer weiß, wer weiß Aber ich glaube nach so einem Horrortrip Naja Äh... 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 Irgendwas mit Kruzif- Was bed when I remember the Kruzifix My hands delay My hands delay Unholt the pillow Was? Meine Hand Is... Okay Okay, wir wissen jetzt wissen, was er im Bett macht Ähm... Und es vibriert Und es vibriert Er hat Spaß Äh... Ja... Kruzifix Hoffnung Tod Junges Alter Ach, diese Melodie im Hintergrund Die ist beruhigend, aber gleichzeitig ängstlich Läuft Und es wird beide Bis zum nächsten Mal.